Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark and Light. Hier hinten läuft Longhorn rum. Nach dem B-Rock Debacle in der letzten Folge sollten wir es wahrscheinlich bald lassen mit dem Zähm. Aber ohne kommen wir jetzt auch hier nicht voran. Also werde ich mal versuchen, ich glaube das hier werde ich erstmal killen. Ist ja schon mal ganz gut geklappt. Dann kommt es uns jetzt wenigstens nicht in die Quere. Ist dabei? Nö. Dann werden wir jetzt versuchen das 40er wegzumachen. Ah, da hinten ist Panther. Ey Leute, Leute, Leute. Der hat ein Auge auf mich. Der hat ein Auge auf mein Longhorn geworfen. Oder? Bitte, das Longhorn ist schon weg. Ah, wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Volga ist drauf, oder was? Volga ist drauf, geht er auch. War nur ein 28er, Gott sei Dank. Dann kriegen wir den mal weg. Bringt mal wieder eine ordentliche Portion Leder, der Kollege. Allerdings hat er jetzt auch gleich mal das Longhorn aufgegessen. Weil ich sehe das hier nirgends mehr. Ich fürchte, das hat er sich mal schmecken lassen. Hier gibt es auch keine Vögel. Hm. Da hinten schleicht glaube ich noch ein Longhorn rum. Oder ist es das, das bloß weggelaufen ist? Frage ist nur, was schleicht hier noch rum? Tatsächlich erst mal nur das Longhorn. 56, sehr gut. Ja, das sollten wir mal probieren. Nehmen wir uns doch glatt mal einen frischen Alarmungszauber an. Bringt uns mal an den Bogen. Laufend ein paar Schrittchen. Oh geil, gut gezielt. Oh. Man ist trotzdem ganz schön schnell unterwegs. Wie wäre es, wenn du mal losläufst? Ist er schon gezähmt? Hä? Nö. Hängt doch da irgendwie. Dann sollten wir jetzt mal versuchen. Da rauszuholen. Oh. Was haben wir wohl? Wo ist denn jetzt hin? Seht ihr ihn? Oh nein, wo ist denn jetzt hin? Gibt es doch gar nicht. Ich sehe nichts. Da hinten läuft was. Was ist das? Ne, das ist das 40er. Leute, was ist hier los? Was? Ich bin verwirrt. Bin ich blind, oder? Bin ich blind? Ich habe nicht gesehen, in welche Richtung es abgehauen ist. Hier ist es wohl nicht runtergemacht. Was ist da hinten los? Hm. Darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe meine Zähmerei. Diverse Einhörner. Ist der noch so? Kampften End. Gegen Hyänen. Das Teil ist weg. Muss ja hier irgendwo gewesen sein, wo ich es befreit habe. Dann ist es hier abgezischt. Und gleich mal hier runtergemacht, oder was? Nö. Ich habe keine Ahnung. Das war ja mal wieder ein Volltreffer. Junge, junge Floki. Das läuft. Das ist das 40er, würde ich meinen. Scheiße. Wahrscheinlich stand es hier irgendwo. Ich habe es nur nicht gesehen. Hm. Tja. Dann das gleiche Spiel nochmal mit dem 40er. Schwede, habe ich ein Pech mit den Viechern. Mein Gott, ich hoffe, es liegt hier nicht irgendwo rum und ich habe es nicht gesehen. Dann schäme ich mich ja zu Tode. Dann war Fick. Nicht mehr da. Okay. Genug hier durch die Gegend gerannt. Dann hält nochmal das 40er. Wahrscheinlich auch gleich weg. Erfrischen wir nochmal eben nach. Weile haben wir noch genug. Allerdings hat der Bogen ganz schön gelitten. Den tauschen wir nochmal aus. Versuchen wir den gleich mal Richtung unsere Base zu ziehen. Mal schön aufs Horn. Dann gehen wir noch mal zurück. Mal müde. gehen wir mal damit. das war schon mal recht knapp oder wieder ab hier bleibst du hier ist ja ein ding haben wir es doch tatsächlich geschafft hier so einen longhorn zu legen ohne dass der erdbodens verschluckt so um ein paar äppel her das sollte ja die leibspeise von unserem longhorn sein hier pro kann man dabei ich dann mal vor die nase und ein paar pfeil rein so hoffe ich dass es äppel sind der frist wird schon ein paar minütchen dauern dann würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder wenn der onkel hier fertig ist und soll ich schon mal vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal